Ja, so sieht das aus Paladadadadadadaday Oh ich bin hier zorg'n, warum zerschießt ihr das halt? Warum zerschießt ihr das, Digger? Papst, ich bin hier still Ja, ok Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Give me the Geld. That was it? Yep. Seid ihr alle auf dem Dach? Nein, zwei Leute. Nein, ich bin jetzt erst auf dem Dach. Nein, ich bin jetzt erst auf dem Dach. Ich bin fast tot gefahren. Deine Schuld? Ja, von irgendwelchen Leuten, die saßen zu viel an der Karre. Die waren sehr nett, ich hätte durchgezogen. Wirklich so, der hat sogar noch gebremst. Weißt du, jetzt will ich eine Waffe ausprobieren. Jetzt kommen die Bollen halt. Jo, wir fahren. Ja, machen die denn da gerade Human? Wahrscheinlich aber jetzt nicht mehr, oder? Nein, aber wahrscheinlich Banken. Ja, der eben auf dem Motorrad, der uns vorbeigefahren ist, der hat auch eine Tasche auf. Wir haben auch in der Gang wahrscheinlich Dings gemacht. Geht die Kasse hier rechts? Weiß ich nicht, warte, ich muss jetzt abschicken, ob hier vielleicht eine Aktion gestartet wird. Hier ist ein Heli, deswegen. Und hier ist auch ein Motorrad. Oder kannst du mal kurz fixieren, ob die Kasse geht? Kasse leer. Yo, Alter, der hat durchgezogen. Bleib bitte, sitz da. Äh, die Kasse hier ist leer. Hier ist auch niemand. Beide leer. Oh, stopp, 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 stopp. Weiß ich wieso, er sich nicht rangehangen hat. Ey, hallo. Ja, jetzt. Der nächste ist Ammonation, oder? Ja. Okay. Du musst langsam mal den Fahrplan im Kopf haben. Hm. Ja. Ist eigentlich immer nur Straße folgen. Pass auf, es kommt ein Motorrad entgegen, der er vielleicht auf eurer Fahrbahn fahren könnte. Ja, er fährt auf der Fahrbahn, auf der anderen. Ah, ich fahr auf dem Standstreifen. Ja, ich sag's nur. Aber trotzdem danke. Jo. Ey, die haben hier einen Zaun installiert? Ich seh den, ich bin voll gegen den Zaun gefahren. Ich hab fast meine ganze Weste verloren. Ey, Lul. Passt auf, äh, vom Land ist ein Zaun. Der ist neu. Ja, wie gesagt. Alter. Und der hätte... Der war schon immer. Hä? Der Zaun war schon immer, ja. Der war schon immer. Ich hab den noch nie gesehen. Andock hat er noch ein Stück zurück, äh, getockt. Ja, aber ihr steht ja alle im Weg. Ja. Ja, Bro, das hat gut geschlaut. Hier kommt man, glaub ich, nicht hoch. Ja, ja, man muss dann... Oh, wow. Wir können eh weiterfahren. Kannst du nicht hoch? Dann fahr schon mal. Sorry. Ah, ist mir niemand getroffen. Nö, alles gut. Nicht passiert. Einer fehlt noch, oder? Ja, Alex. Guck mal, Mr. P weiß nicht, wo er hin soll. Äh, jetzt bin ich wieder der Verfluchte, Alter. Ist wirklich so. Weißt du, Ole wusste auch nicht, wo er hin soll. Bis dann Pi als links, 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 rechts. Oh, an der Arme, Alter. Marzal. Prost. Das heißt, Gesundheit. Wir sind einfach einer zu viel, Ole. Gesundheit. Macht's gut. Dankeschön. Bitteschön. Ampa, Alter. Ende der Kreuzung links, ne? Ah, der T-Kreuzung. Ja. Ich tank noch mal kurz, weil der ist fast leer. Ja, dann kann ich, glaube ich, die Route fast auswendig. Ist doch gut. Ja, müsste Picasso vieles lernen. Da hast du recht. Irgendwann, wenn wir nachts unterwegs sind, zeige ich dir, wie es geht. Keine Sorge. Ja, das ist ja nett von dir. Fahr runter zuerst. Okay. Also die rechte, äh, nämlich. Wir brauchen noch ein bisschen, bis wir da sind. Macht ihr ne Aktion? Okay, mach ich. Rechts ist schon ne Aktion. Das heißt, wir müssen links jetzt direkt nehmen, weil sonst fern die da gleich hin. Also wir dürfen die gar nicht hier machen. Scheiße. Müssen weiter. Hey, hier oben ist doch keiner. Aber unten ist einer. Achso, das sind keine 400 Meter, ne? 500 Meter. Das war, müsste ich fertig sind, lass oben bleiben. Blatt, bleib mal da. Schieß dann instant die Kasse auf. Ja, okay. War da weg, weil die Aktion haben... Ja, 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 ich war weg. Wobald die hier hochkommen, schießt du dann einfach ins und die Kasse auf die geht. Ja, dann sag mir, sobald hier jemand um ankommt. Boah, das war aber close, Kollege. Kasse ist leer. Kasse ist leer. Ich gucke Entleidungsladen auf die geht. Ja. Ich glaube, die G haben die als erstes. Ja, wir müssen nach unten. Flattfahr sofort in die Mitte. Egal wer jetzt fährt, Vollgas einfach. Einfach Vollgas geben. Ja, ja, ich steigen würde. Mist, da fähig schon wieder. Dein Charakter ist da wieder ab. Oh man, jetzt bin ich schon wieder, der kleine Bissler. Ich kann nichts dafür, das ist auch immer wieder. Also, Ole, du bist der Draußentyp. Du hängst immer draußen. Vergiss das. Die Tür ist abgefahren worden. Ist wirklich so, die arme Tür. Die hatte ich nichts getan. Ey, die kommt, die kommt, du kannst starten. Ja, ich starte. Ich bin unten, ne? Rechts abbiegen. Oh, Leo. Jetzt ist das, jetzt ist das Wettkampf mit denen. Ah, ne, die dürfen nicht oben starten. Das sind keine 500 Meter, oder? Ob die sich daran halten, glaube ich, eher nicht. Die sind, glaube ich, auch nicht. 530 Meter, 530 Meter. Alles gut. Scheiße. Genau 530, ey, das ist knapp, ey. Ich bin so ein RTM. Luftlinie, ne? Das weißt du schon. So, Luftlinie, ne? Gefahren, das ist keine 500 Meter dann. Stimmt. Ich geh mal hoch. Gestartet hast du schon, ne? Ja, ja, klar, klar. Ich bin hier schon eine ganze Zeit Geld rein. Ne, da oben ist eh keiner. Ja, bin ich überhaupt schon losgefahren. 517.000. Achso, du hast gestartet, ne? Okay, Aktions roll. War jemand gerade oben, um nachzusehen, ob sie nach oben kamen? Das hier oben würde auch gehen. Okay. Dann fahren wir gleich dahin, sofort. Okay. Okay. Hier zu kommen ist eigentlich echt scheiße, weil die kommen meistens von oben und dann haben die Highground. Das ist echt kacke, hier der Land. Deswegen bin ich oben. Ausgeraubt. Gut, abfahrt. Paul? Jetzt kann keiner fahren. Jetzt aber, jetzt aber, meine Fresse. Ich sitze, ja. Oder hat sich jemand hingelegt? Na, ist er. Warte mal, wir sind nur zu viert hier im Auto. Alexi ist oben. Okay. Sauber. Sauber Sache. Sauber. Egal, Leute. Ist auch in der Endung gestartet. Bier. Boah, hier kann ich mit einem MG drauf bollern, ey. Geil. Fui. Pieper hat so einen langweiligen Background, ne? Dass man einfach mal wirklich so einfach weiß. Pssst. Was? Sie konnte sich zurückhalten. Pssst. 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 燃. Gesundheit! Aktionsruhe! Erste Verwarnung! 3.000$ an uns! 1.000$ an uns! Oh! Et er warant! Ich kann doch auch nichts dafür, ich bin auch nur im Moment. Ich geh mal kurz auf Toilette. Hä, was hier ist passiert? Ich war einfach kaputt. Warum ist jetzt Anton aus dem Auto raus? Alter, ich schau jetzt wie der überfahren wird. Pass auf Männer, das wird ehrenlos lustig. Ich bin noch da, ich bin noch da. Warte, ich bin noch da. Scheiße, er hat es gehört. Was ist denn da passiert? Pass auf, da kommt einer, da kommt einer. Ja, ist ja eingestiegen leider. Oh. Ich hätte so gern gesehen, wie er überfahren wird. Dann wäre ich mit einem guten Gedanken ins Bett gegangen. Oh, oh, oh. Lacht euch kaputt, was ich gerade gesehen habe. Was kann ich denn dafür, wenn ich lesen muss? Ja, 3000 Dollar, was kann ich denn dafür? Nein, das mag ich nicht, Niklas. Ah, so ist er noch voll im grünen Bereich. Bibliothek ist es ja dann doch nicht. Wie regt sich jetzt Leon auf. Oh, Piep, du bist relativ leise. Ich bin leise? Ja, das war so leise. Oh, tschuldigung. Oh, ich weiß es nicht. Ich habe gerade irgendwie kleine Legs. Meine Map lädt nicht. Ja, das habe ich auch. Aber manchmal nur. Äh, ich glaube, ich liegt am Server noch. Sehr schön. Oh, weh. Jetzt rechts lebt bei mir nämlich gerade auch alles so ein bisschen. Du! Ha! Alex, ey, Anton. Drei mit diesem Weg hoch, ne? Sau, sauber, Junge. Anton, du bist runtergefallen. De Vizep's hat dich verlassen. Scheiße. Hier ging das Schild geballert, du. Du steckst da nicht auf. Was ist los mit dem? Er ist auf Toilette. Anton, Junge. Kack, schneller. Du bist runtergefallen, du Knecht. Ob du auf den Kopf gefallen bist. Du musst noch mal lang gehen. Dann probieren wir alle. Digga, ich bin einfach halbgrün, alter nur noch. Du bist runtergefallen, du bist einfach runtergefallen. Ja, ohne Grund zu. Nee, du hast nicht voll auf dem Schild mitgenommen, Digga. Ich habe keine... Hast du Clip? Ah, habe ich. Teiße. Was weiß ich extra? Medikit? Ne, leider nicht. Ich kann alles geben. Dann spiele ich nur mit Rot, Digga. Also halbgrün, alter. Hier links. Ich habe mich verfahren. Ich habe mich verfahren. Ich habe mich verfahren. Ja, das ist hier. Hä? Zum Tattoo Studio oder nicht? Geht nicht, ist leer. Ist leer, ist leer. Bist du sicher, dass dieser Weg hier war weiter? Lass mal Tattoo, weil hier ist leer. Ne, was macht denn einer? Ne, das ist aber komisch jetzt. Ne. Hey. Hahaha. Hier war das. Hier war das. Hier war das. Achtung, Anton. Boah. Da ist ein Baum, Junge. Hallo. Du bist bei mir auf den Fahrersitz eingestiegen. Hey, nein. Ein weiterer noch? Ein weiterer noch, ne? Ja, noch ein weiterer dann. Eins. Du hast doch nicht recht. Äh. Jetzt. Da. Ist leer. Nicht, ist noch. Nicht, ist noch. Da, wo meine Waffe zeigt. Weiter geradeaus. Äh. Nicht dein Ernst, Paul, oder? Oh, Mann. Oh, Junge. Das ist nicht dein Ernst. Da hab ich nur ein bisschen erschrecken, Digga. Ich kenn mich doch nicht anders, Digga. Guck mal, Paul. Du siehst da, wo meine Waffe ihn zeigt. Oder da lang? Digga. Hör mal der Nase nach. Wie so ne Kompassnadel einfach. Hahahaha. Hahahaha. Das ist geil. Alter, wie fährst denn du, Paul. Oh Gott, ich hab... Der war fast gut. Ich guck fix nach. Hier waren wir noch nicht. Da waren wir wohl. Ja, war ich noch nicht dabei. Es geht und geht. Alle 3 gehen. Okay. Oh. Ahhhhh. Erklär mal Leon, wo der hinkommen soll, weil... Vielleicht sollte ich nicht erfahren, Jungs Wär besser Ja, Digga, der sollte vielleicht mal auf Discord kommen, weil das ist schwer zu erklären Der ist hier im Discord, der ist nur muted Ähm, Leon, hörst du mich? Woher, aber, was sind das für hässliche Autos? Lass mal starten, kannst du gern starten Ja, kannst starten Was ist los? Oh, fast gestorben einfach Alles gut, fast gestorben Was ist von dem Dach gefallen? Ja, ist die Carrier? Ist das nicht so eine kleine Drift-Carrier, Digga? Welche denn? Die? Ja Der gelbe hier Nein, links, die daneben Nein, das schmutzig für die gelbe hier Ich glaub, damit kann man voll gut driften Damit kann man auch gut driften, ja Aber jetzt Aktionsruhe, ne? Oh, da wurde noch nicht die Kasse gestartet und noch Oh, alle drei sind gestartet Bullen, Bullen, Bullen von Das sind keine Bullen Das ist, glaub ich, in-game Geräusch, glaub ich Hm Ne, nicht doof So ein Stamm-MG, überleg mal Ich müsste das ausbauen, überleg mal So mit den Füßen oder sowas, das ist ja geil, oder Jungs? Sympathisch, man kann sich unterhalten Ja, weil... Ruhe Keine Bullen, keine Bullen Na gut, die hören sich ein bisschen anders daran, könnte es sein Ja Fährt da? Keine Bullen Ja Oh Uh Ex perto Ich habe Ah, da kommt, da kommt Leon Oh Hier vorne Ja Es ist uns Ruhe Kosten sind leer Gut Leon, du steigst mit dem Ranger ein Ich will hinten sitzen Nein, nein, nein Zwei Aktion ist vorbei Nächstes Krankenwagen Äh, Alex, du musst mal mit, warte Ja, ich will auf die andere Seite Ach, kurz, wir können was töten, aber nö Ah, fuck, ich bin nicht mehr in Kompass Ich muss draußen hängen, ich muss Kompass spielen Rechts abbiegen Nein Hier Vorne die Tanke Ja, die Tanke da vorne Die Tanke reinfahren Oh, zum Beispiel Alter Sympathisch, man kann sich unterhalten Ist aber jetzt über Leon gestolpert, Digga? Ja, ist er Hallo Geht? Ja, abgestartet Komm mal hier aufs Dach Gut Kann einer bitte das Motorrad gut vorne parken? Ja Danke Bitte Wir hatten so schlecht das Auto geparkt, naja Äh, piep Vieh immer Shit Ich zeig's wie das geht Fuck Sympathisch Hast du Schaden da oben gekriegt, Ole? Ja Jetzt Da fällt man runter Das geht nicht Digga, hab ich's He Boah, oh Einmal bitte weiterfahren, Aktion Wir haben ja eine Aktion, bitte einmal weiterfahren Bullen Bullen, Bullen, Bullen Hast du einen Krankenwagen, Krankenwagen Sicher? Ja, der ist vorbeigefallen hier oben gerade bei Armour Nation Ah, okay Perfekt Ich ziehe nach so vielen an auf einmal Bullen Das sind Bullen Auf Osten Osten? Osten Nee, wieder Krankenwagen, Digga Nee, er war Doch Doch, doch Medi, ja okay Der kommt hier zu uns Ey, Bullen, oder? Deine Aktion, bitte weiterfahren Boah Alter Hören sich so gleich an manchmal Ja, voll geil Die haben nur einen ganz kleinen Unterschied, nur das fuck ich richtig ab In das Bullen? Nee Krankenwagen Aber wie der hier angekam Fuck, runtergefuhm Ausgeraubt Ey, ich will nicht rein Ey, ich will nicht rein Nein Abfahrt Haha, Ole Ohli, wie hab ich da gerade gehittet? Das war rechnerlich, oder? Das war einfach und dann links Mein Abonation, oder? War interessant auf jeden Fall War interessant auf jeden Fall Einfach mehr hinterher Ich weiß nicht, wie ich da Ole gerade hittet 2 Meter Das war so unlogisch Stop! Oh Oh Hey, warum sind wir überhaupt eingestiegen, Digga? Bullchen Lassen gehen Beide Oh Alter Oh Vorsicht Ohohoho Alter Ja, Achtung Kassen sind gestartet Psch 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 Sympathisch, man kann sich gut halten, Alter Stahl Ne, Krankenwagen, Krankenwagen Achtung, Krankenwagen Fährt mitten auf der Straße vorbei Achtung Alter So gerne im Raum in den Krankenwagen schießen Irgendwie wollte ich mich davor werfen Ich weiß auch nicht Bullen jetzt vielleicht? Ja Ja Bullen? Ne Ne Das hat schon wieder aufgehört Mega Dreckigen Sirene Alter Ich bin aber nicht Bullen online, mir gefällt das sehr Ja Blöd Kein Schiss dabei Und wir brauchen halt auch nicht zuhause fahren wegen Dings, wegen dem Punkten Also XP Da brauchen wir uns gar keine Gedanken mehr machen, das ist gar nicht Wieso? Ja, um endlich Man kann jetzt zum Beispiel 200 Millionen in die Tasche reinmachen und man kriegt so viele Punkte Ich weiß was du meinst Achso Ja, früher war das begrenzt Ah Auf äh Auf 15 Gangspay nur Übelst abfuck Mhm 15.000, über 15.000 wäre ripped schon alles andere Wenn du Gangspay sammelst Wie viele Karten haben wir denn dann? Weißt du das Vlad? Hast du mitgezählt? Ne ich hab nicht mitgezählt, aber es müssten 12, 13 mindestens sein Achtung LKW Achtung LKW Achtung LKW Links ab Okay, alles gut, alles safe Hm Wir müssen jetzt lettern Schleuch Schleuch Ausgerobbt Synchron Anton, alter Synchron Halt Haltet auf mich Einer fehlt trotzdem noch Paul ist bei mir Einer fehlt trotzdem noch Sound fehlt Leon, wo bist du? Haben wir Leon gelassen? Leon noch da hinten? Ist nicht so aus Ne Keine Ahnung Egal Egal, komm wir fahren einfach Der LKW versucht In die Wahrscheinlage reinzufahren Das ist so doof, alter Ich hab heute Video gesehen vor Oh 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 Gottchen ey Alter Schwede ey Oh Oie 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 Ich hab jetzt schon vier Tote gesehen Was war das grad für ein Knister dicker Ja hab ich auch gefragt Es war anschauen Der Bremsweg wäre eh schief gelaufen Peter, seht ihr das auch mit den Reifen hinten rechts? Als der so ein bisschen eingedrückt ist Ja Lol, Alter Wir sind jetzt aber Bohlen, aber wir haben nichts gestartet Ne, ne Das sind Bohlen, ja Rumm 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 Oh, hier Also wir wissen auf jeden Fall, hier sind Bohlen oben, also passt auf Nope Wir haben jetzt nur noch eine Tür am Krankenhalter Eine Tür und die Kofferraumklappe Okay, ist leer Ach, Digger Ich hoffe es nicht Wieder zurücklaufen Äh, jetzt muss ich überlegen, hier rechts Krass Junge Einer fehlt? Ja, kommt anmarschiert, geht los So, Alex, mal auf Platz hier, Alter Einer 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 Ich vertrei ja keinen Schlecht fahren habe ich schon lange Ich vertrei ja keinen beim Autofahren, ihr fahrt alle wie bekloppt Einer 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 Einer